So, und jetzt müssen wir richtig schnell sein, weil wir stehen hier auf der Hauptstraße und müssen jetzt hier schleunigst weg. Nicht nur die Hexenproben wurden hier durchgezogen, sondern hier wurden auch Hinrichtungen verübt. Kleines Häuschen gefunden. Alter, das hat schon seinen Grund, warum die Palette hier drauf liegt. Hier ist dann der erste Torbogen. Neun sogenannte Hexenteiche sind hier auf dem Areal angebracht. Und da hat man das anscheinend, im Akkord hat man das hier durchgezogen. Dass da halt noch dieses Tor vor ist, wo man dann halt durchgehen musste und man wusste halt, was dann passiert. Schön, dass du hier in dieses Video reingefunden hast. Wir sind immer noch an der Burg. Falls du das andere Video noch nicht gesehen hast oder meine anderen Videos noch nicht gesehen hast, wo wir ebenfalls an diesem Schloss sind, dann schau dir das auf jeden Fall an, damit du verstehst, worum es hier überhaupt geht. In diesem Video geht es darum, dass wir uns das Kellergeschoss einmal genauer angucken wollten. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Bei den anderen Videos ging es darum, dass wir drinnen waren und uns das Schloss erstmal angeguckt haben. Das hat schon so viel Zeit gefressen, dass wir gar nicht dazu kamen, den Keller genauer anzusehen. Deswegen siehst du das in diesem Teil. Und ja, würde ich sagen, wir labern nicht lange, sondern gehen sofort rein. Als erstes mal wieder die steile Treppe, die nach oben führt. Hier ist der ehemalige Haupteingang, der aber verbarrikadiert ist. Und dann haben wir hier rechts eine offene Tür. Wie gerade eben schon gesagt, geht es diesmal darum, dass wir den Kellerbereich näher erforschen wollen. Tageslicht ist auch schon fast weg. Und jetzt müssen wir erstmal den Weg Richtung Keller finden. Also kürzte Info, hier gibt es mehrere Kellereingänge. Drei Stück hatte ich gezählt in den vorigen Videos. Und jetzt schauen wir mal. Als erstes ist hier direkt so eine Art Badezimmer mit Gitterfenstern. Hier geht es auch nochmal rum. Jetzt ist nichts zu sehen. Das ist nur so eine Art Nische. Hier ist nochmal irgendwie sowas. Irgendwelche Batterien. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, was das ist, aber es scheint so, als ob das Batterien sind. Wofür diese Dinger gebraucht werden, wenn es denn Batterien sind. Ansonsten gerne mal korrigieren, was es denn sonst ist. Das ist auch in der Toilette. Hier ist irgendwie so ein kleines Nebenzimmer. Auf der Tür stand jetzt gerade auch privat. Hier sieht man das. Steht privat drauf. Dann kann man hier rein. Direkt als erstes kommt man dann halt hier in so einer Bad mit Duschkabine. Sieht eigentlich sogar noch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Auch hier wieder mit Toilette. Nach dem Anblick erspare ich euch mal wieder. Und dann geht es hier weiter. Auch alles schimmelige Wände hier. Auch irgendwelche Kabel, die hier abgerobbt wurden. Vermutlich irgendwelche Menschen, die wieder auf der Suche nach Kupfer gewesen sind. Und wir waren dann hier unterwegs und haben hier alles Mögliche von den Wänden gerobbt. Alte Rollos. Hier ist auch alles noch mit Saisongemäuern, mit Lehm verputzt. Das ist quasi alles so altmodernisiert wurde. Jetzt scheint auch so. Hier ist es eher wieder neuer, aber... In einem anderen Video, da seht ihr das oben, was ich meine oder was wir meinen. Dass es da wirklich so aussieht, als wenn man den ganzen Kram da runtergenommen hat. Teilweise sieht man das dann halt, dass da halt wirklich noch das Zeug alles zu erkennen ist, was da hinter sich verbirgt. Also quasi das alte Gebäuer. Wahnsinn, was ist das denn hier? Das war bestimmt hier so ein Heizungsregler. Also die Temperatur einstellen. Hier tropft das alles durch. Also über uns ist das so eine Art Herrenhaus oder wie auch man das nennen soll, Männerstübchen, wo man sich damals zurückgezogen hat. Also die Herrschaften, die feinen Herrschaften, die sich dann da ihre Zigarre gegönnt haben und sowas alles, das ist genau hier oben drüber über uns. Und das ist einem Brand zum Opfer gefallen. Der war 2018 oder 2019, bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, war dieser Brand gewesen. Hier sind auch nochmal Toilettenhäuschen hier. Also wenn es hier was gibt, dann sind es auf jeden Fall Toiletten. Dann ist auch alles verschimmelt hier. Dann haben wir dann hier die Möglichkeit, nochmal nach unten zu gehen. Und nochmal so einen kleinen Nebenbereich hier. Alter! Dann wäre die jetzt zu gewesen, dann hätte ich mich aber richtig erschrocken. Aber so eine Gefriertruhe ist auch immer ein bisschen gruselig, ne? Ja. War es hier schon drin gewesen? Nein. Die stand Gott sei Dank schon offen. Ansonsten wäre das richtig übel gekommen. Junge, Junge, Junge. Und hier, oh, was ist das denn für eine Decke? Es fällt auch kein Keller aus. Nee, hier ist unter Erdgeschoss halt, ne? Das war ja... Wahrscheinlich irgendwo versteckt. Wie in einem anderen Video, die versteckte Tür hinter dem Weinregal. War natürlich auch nicht schlecht. So, hier ist aber, ansonsten ist hier, es hält gar nichts, ne? Also die Decke, die ist echt schon, also die ist wirklich richtig alt. Was ist das denn für eine Decke, bitte? Das ist ja hier Reet. Eine Reetdecke. Und dann auch wieder alles Lehm verputzt da hinten. Also das muss auf jeden Fall... Irgendwie ist das dazugehörig, wie du schon gesagt hattest, dass das irgendwie dann erneuert wurde. Weil hier ist genauso. Da drunter sind ja die alten Holzbalken. Ich glaube auch, das würde einfach alles immer drüber, drüber, drüber. Und ganz innen die Schicht ist einfach noch ganz ganz alt. Ja. Weil das hier sind auf jeden Fall alles die alten Holzbalken, die hier verlaufen. Ja. Oder vom Aussehen her, von der Lage können das gut für die Bediensteten oder für die Wesen sein. Ja. Hier auch wieder mit diesem Lehmputzkram. Ja, dann gehen wir mal weiter, ne? Weil das hier war jetzt irgendwie nicht der Keller. Obwohl wir eigentlich schon im Keller waren. Nur irgendwie abgebogen. So, wo kam man denn her? So, hier ist noch ein anderer Eingang. Obwohl das eigentlich auch... Ach nee, das ist der vernagelt hier, verschraubt worden. Das stimmt. So, und dann können wir hier in den lusteren Bereich gehen. Beruhigend. Ja, das hier war... Weiß ich nicht. Also hier sind auch wieder so eine Lampen. Oh. Was tut er denn da? Was? 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 Hey. Aber da hätte man doch niemals jetzt einen... Also, ja, jetzt wo das Ding da so ab ist, erkennt man da so leicht eine Tür. Ich hätte das jetzt nicht erkannt, tatsächlich. Ich habe das gar nicht gesehen, ich wäre jetzt dran vorbei. Aber guck mal, wie groß. Da hinten ist auch nochmal ein Aufgang, Niedergang. Und da ist sogar, guck mal, die Tür... Sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Kerkertür, so eine alte. Aber... Ja. Gehen wir erst mal hier rein. Was ist das denn? Ah, der ist auch richtig... Riecht auch schön schimmelig hier. Gammelig, mammelig. Ach, deswegen soll ich vorgehen. Was ist das denn? Hier ist nochmal eine Tür. Hier ist ein Wasserschlauch, der hier langläuft. Hier steht Fahrkorbstandanzeige. Ach so, hier von dem Aufzug, der hier reingezimmert wurde, ist das hier so der Betriebsraum. Also jetzt sind wir genau hier auf Höhe des Aufzuges. Das hier ist der Aufzug, der jetzt hier noch gerade steht. Ja, und das hier war wohl der Betriebsraum. Hier hat man noch ein altes Telefon. Oh, hier ist noch Kleintierstreu. Das wollte man mitnehmen. Was? Hier kommt man wieder ins Hauptgebäude. Ja, dann war das der andere, der Aufgang. Elektrohydrauliches angetriebener Aufzug. Für die Technikaffinen hier, hier ist noch ein alter Aufzugsraum. Obwohl der gar nicht so alt ist. Der wurde irgendwann in den 2000ern hier reingezimmert. Aber hier auch. Obwohl es ein Keller ist, hast du dann halt hier... Oh, ich dachte gerade, Herr Brindlich. In dem Raum da. Aber das bin ich. Oh, krass. Deswegen dachte ich gerade, da hinten in dem Raum, da brennt Licht. Da mache ich mir ja schon selber Angst. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, obwohl das hier ein Kellergeschoss ist, hat man halt hier immer wieder so eine... irgendwie wohnlich anmutende Beleuchtung angebracht. Als ob man das hier irgendwie auch nochmal genutzt hätte. Und diese ganzen Toilettenräume hier... Hey. Aber überall. Ist auch noch... Ein alter Feuerlöscher. Creme ist auch noch da. Und ist in der Feuerlöscher abgelaufen. Ja, innen geprüft. August 2019. Ach, hier ein Fenster, die von innen nach innen führt. Also man kennt das ja, so eine kleine Fensterbank. Aber das hier ist nochmal eine ganz andere Nummer. So zum Vergleich, das ist meine Hand, Taschenlampe. Da kommt man noch gar nicht dran. Vielleicht mit dem Besenstiel kriegt man die Fenster irgendwie auf, aber... So ein dickes Gemäuer. Das geht schon auch wieder in der Toilette. Ne? Ach tatsächlich, hier war mal ein altes Badezimmer. Und dann davon hier Telefonanschlüsse. Schön. Und hier oben drüber sieht man das auch wieder alles. Das wurde hier mit Thea verputzt irgendwie, abgedichtet. Toilette wurde hier wohl rausgehämmert. Kannst noch ein bisschen spielen. Wow. Ja gut. Gehen wir mal ein Stückchen weiter hier, ne? Aber da sieht man das an den Gemäuern halt. Dass es halt richtig alt dahinter ist. Das wurde hier neu aufgelegt. Und dahinter ist noch das alte Gemäuer. Auch wieder mit Lehm verputzt und so. Ja und da ist... Richtig gruselig ein Stuhl. Da geht's nochmal weiter. Der sieht aber auch noch gut aus. Wow. Aber die sind nicht so alt, die Türen, oder? Ich glaube, die wurden eher nachgemalt. Das scheint mir mit so einem Goldstift oder sowas. Und vielleicht liege ich hier auch komplett verkehrt. Und das ist ein Original. Und ich habe jetzt gerade einfach gesagt, es ist mit einem Goldstift nachgemalt. Und das ist so das Ding, was hier alle Museen gesucht haben. Und liegt hier einfach rum. Ja, hier sind richtig alte Rohre noch, die hier langlaufen. Wie geht das denn da hin? Scheint mir auch so, als ob das hier ausgebaut wurde irgendwann. Als ob hier nochmal jemand drin gewohnt hätte. So, wenn man dann hier die Tür... ...komplett zugewachsen. Wahnsinn. Ja, hier ist halt alles von der Wende gekloppt. Also hier waren ja viele Renovierungsarbeiten, die hier stattgefunden haben. Und jeder wollte ja irgendwie hier draus irgendwas anderes machen. Sei es Bürotrakt, dann war es ein Hippie-Dorf. Dann ein Privateigentum. Vorher war es dann irgendwann mal auch ein Schloss, wo man dann halt auch Dinge vollstreckt hat. Wie gesagt, auch Hinrichtungen durchgeführt hat. Das heißt, hier wurde alles Mögliche gemacht in diesen Gemäuern. Jetzt bin ich gerade nochmal in einen anderen Raum reingegangen. Und hier sind die Heizkessel hier, also die das ganze Schloss wohl warm gehalten haben. Aber ursprünglich war das hier wahrscheinlich mal irgendetwas anderes gewesen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber wenn ich mir hier die Fenster anschaue, mit dem Gitterstäben davor und der Dicke der Mauer hier, könnte das hier vielleicht auch so eine Art Verlies gewesen sein oder sowas. Oder so eine Möglichkeit, jemanden einzusperren. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir das Video auf. Wenn du die anderen Teile noch nicht gesehen hast, dann hol auf jeden Fall das Ganze nach und schau dir die anderen Teile an. Da sind wir nämlich im Schloss hier unterwegs oder auch draußen unterwegs und gucken uns da auch vor allen Dingen mit die Hexenteiche an. Das ist ja mit die große Geschichte hier zu dem Schloss. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere auch gerne meinen Kanal. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Damit unterstützt du mich nämlich auch und es kostet dich halt überhaupt gar nichts. Und lass auf jeden Fall auch ein Like und einen Kommentar da für den Algorithmus. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn du in Zukunft auch solche Videos hier nicht verpassen möchtest, schreibe es auch mal gerne rein. Denn weiß ich auf jeden Fall, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön, dass du bis hierhin geguckt hast und bis bald, Sipha. Tschüss. Tschüss.